Die Geschichte der EU-DSSR EU-DSSR ist eine schlagwortartige Bezeichnung der Europäischen Union, oder kurz gesagt EU, in Anlehnung an die UDSSR, die ihre Kritiker verwenden, um ihre zentralistische Vereinnahmung und totalitäre Kontrolle der europäischen Bevölkerung zu bemängeln. Doch der Begriff EU-DSSR deutet nicht auf rein zufällige ideologische Parallelen zwischen der EU und der Sowjetunion hin. Vielmehr ist es eine vollkommen eindeutige historische Linie von den ersten Planungen Trotzkis zu Gorbatschows Perestroika über das Ende der UDSSR bis hin zur Gründung der EU auszumachen, die bestätigt, dass die Kommunisten und ihre Hintermänner aus dem Westen ihre Pläne erfolgreich verwirklichen konnten. In der öffentlichen Wahrnehmung und offiziellen Geschichtsschreibung erscheint die EU immer noch als Friedensprojekt, das aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg entstand und in dem sich die Völker demokratisch vereinigten, um miteinander zu kooperieren, statt Krieg gegeneinander zu führen. Die Parallelen zur Weltorganisation UNO aus der letzten Expresszeitungsausgabe 22 liegen auf der Hand. Ist der Krieg der Vater aller supranationalen Organisationen? Wie in der letzten Ausgabe beschrieben, waren die Weltkriege eine Art Horrorszenario einer national organisierten Welt, die diese ein für alle Mal diskreditierten. Denn diese Konflikte bargen für eine bestimmte Machtgruppe, die auch in dieser Ausgabe wieder ausführlich unter die Lupe genommen wird, einen großen Vorteil. Während meistens die Opfer und das unendliche Leid beklagt werden, wird oft vergessen zu erwähnen, dass insbesondere durch den Ersten Weltkrieg die alte Ordnung beseitigt wurde, nämlich die europäische Monarchien. Eine unabdingbare Voraussetzung für die Gründung von manipulierbaren Demokratien und schließlich einer einzigen Weltregierung. Durch die Weltkriege wurden den Völkern supranationale Organisationen sowie die Auslöschung der herkömmlichen Herrschaftsstrukturen quasi verkauft. Die Behauptung, EU und UNO seien durch die zwei Weltkriege entstanden, muss deshalb angezweifelt werden, denn die Planungen für solche Organisationen lange vor dem Ersten Weltkrieg deuten vielmehr darauf hin, dass die Kriege eigentlich aus der Idee der angestrebten Projekte EU oder UNO heraus entstanden waren. Musste man erst einen verheerenden Brand in Europa legen, um danach die EU als Alternative anzubieten? Die Ursprünge der EU lassen sich schließlich auf dieselben elitären Kreise zurückführen, die auch hinter der UN stecken. Mehr dazu in der Ausgabe 23. Denn ist die Strategie nicht immer dieselbe? Man erschafft ein Problem, Kriege, wartet auf die vorhersehbare Reaktion, Angst und Schrecken und bietet seine schon zuvor geplante Lösung an. Problem, Reaktion, Lösung. So kann man die Weltbevölkerung mit erzeugten Krisen in immer größer werdende Machtkonstrukte treiben. Alles nur Verschwörungstheorie? Wohl kaum. Auch diese Ausgabe wird detailliert aufzeigen, dass eine geheime Elite existiert, die den großen Traum der Weltherrschaft träumt. Und wenn dieser Traum einmal verwirklicht ist, dann steht die Menschheit tatsächlich vor einem ewigen Frieden. Allerdings in einer totalen Tyrannei. Denn hinter der ewigen Phrase vom Weltfrieden oder eben der EU als Friedensprojekt verbirgt sich in Wahrheit eine totale Weltdiktatur, auf die wir uns zubewegen, in der die menschliche Freiheit und Natur total erstickt werden sollen und die damit per Definition natürlich auch nicht friedlich im eigentlichen Sinne sein wird. All das Gesagte untermauern und beweisen wir in der 23. Ausgabe der Express-Zeitung. Beachten Sie deshalb, dass dieses Video nur einen groben Überblick bietet. Unsere Autoren dieser Ausgabe, Gerhard Wisniewski, Oliver Janich, Thorsten Mann und Tilman Knechtel, zeigen im Detail, dass das eben Gesagte sich anhand von vielen Mainstream- und Originalquellen beweisen lässt. Auf unserer Homepage und unseren Social-Media-Kanälen finden Sie weitere Einblicke, sowie zahlreiche Leseproben all unserer Ausgaben und vieles mehr. Die Links dazu finden Sie in der Videobeschreibung oder im Posttext. Ebenfalls zu erwähnen sei, dass diese Ausgabe lediglich der erste Teil von Zweien ist, in der wir die EU genau unter die Lupe nehmen. In dem Sinne empfehlen wir unser Jahresabonnement. Jede Ausgabe der Express-Zeitung behandelt ein einzelnes Thema. Auf über 60 Seiten erhalten Sie pro Abo 10 Ausgaben und jeweils Hintergründe zu globalen Plänen im Umfang eines ganzen Buches direkt in Ihren Briefkassen geliefert. Bisher erschienene Themen der Express-Zeitung waren unter anderem die UNO, der UN-Migrationspakt, die Schattenzeiten der Organspende, die Zerstörung der traditionellen Familie, der vermeintlich menschengemachte Klimawandel, Abtreibung und das manipulierte Weltbild. Als Abonnent der Express-Zeitung unterstützen Sie zudem unabhängigen, freien und systemkritischen Journalismus. Sie dürfen sich also auch in Zukunft auf spannende Themen freuen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017